Ihr seid einfach nur gelangweilt von dem Totem of Undying und wollt lieber so ein Design hier haben? Davon kann ich euch noch ein paar echt coole zeigen. Let's go! Wie ihr das Totem im Endeffekt ändern könnt oder euren eigenen Skin dafür benutzen könnt, habe ich euch in diesem Video hier gezeigt. Aber was haltet ihr von so einem Design? Das ist zum Beispiel ein Enderman, ein Blaze, ein Garst, ein Tintenfisch oder sogar ein Guardian? Vielleicht auch sogar ein Schalker, ein Creeper oder ein Slime? Welches Design davon gefällt euch am besten? Abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!